die ausrüstung können sie ruhig mal speichern irgendwie werfen bisschen die immer wieder neu auszuwählen kann man das halt weil die jetzt mal auszuwählen finde ich halt doof warum soll ich nicht im booster benutzen in den riesen sehen speichern ich war direkt nebeneinander da war mit mein ding jetzt schon wieder dahinten sind flummig geflogen ich höre schon nicht direkt die falsche knopf ich tue mal ein ding rein wenn du nix dagegen hat mein dickes ding die haben uns gesehen glaube ich ja sollen sie ruhig damit sie sehen was auf sie nieder prasselt ich würde da ein bisschen weggehen ich weiß nicht ob ich ihn jetzt ab einem weg geschossen hat ja muss man nicht zerstören wir machen zerstören da müssen wir machen hier sind ja alle tot nehme ich an ich habe hier nein das hier nicht also hier ist ein terminal aber ich kann damit nicht interagieren ich habe ja ich habe ganz einfach blinken gehört deswegen okay schon das nächste ist euch da und ding reinpacken ich habe ich habe mehr schaden glaube ich wenn man konzentriert im bereich kann habe ich nicht gesehen auch von dem bolzen ins gesicht bekommen also jemand die nummer von diesen riesen schutz gemerkt so noch am leben das ding da in der mitte ich glaube hier mal darum zu schleichen ich bin direkt hinter dem ding gerade ich bin gerade bei dem ding ich bin direkt davor ich bin direkt darunter gerade du stück ja 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 ich habe eine granate gegen geworfen hat nicht so macht nein du sagt er hat noch einen geworfen war genau gesehen da habe ich noch nicht immer da habe ich wollte mal vorab wie im flummi die kann uns hier nicht erreichen die haben keine schuss machen also stehe ich stehe gerade hinterm geschütze und die gerade alle weg ballern damit wir müssen da oben hin irgendwie sagt jetzt darum ich weiß ich weiß ich kann mich nicht mehr bewegen ich weiß nicht was sagen konnte darf nicht lösen kann aber für eine granate nein könnte auch nicht abwürdig hoch aber muss ich nicht ein gehalt und deine spritze genommen da war noch vorräte zu auflagen können genau wegen sowas sterben werden wir nicht effizient spielen gleich was ist wieder auch ich habe keine spritzen ich bin voll das gesehen ja 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 wir werden sowieso jetzt wieder stärken rufen keine verstärkungen ich bezweifle ist ja ich glaube da müssen wir wieder so dinger kaputt machen ja 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 wir müssen immer die antenne kaputt machen das ist schon hier eigentlich jetzt wieder so ein ding muss eingang er hat nicht gewacht okay gut war das ding wo ich bin ich war gerade selber machen war hat er ist einer und der andere auch ich brauche nachschub ich brauche ganaten gott ja ich bin die ganze werben werfen wir nehmen wie ich an man sind die einschlaggranaten so gut mit treffig wesens warte ja wir rakete geht ins gesicht geschossen diese blöden die ganze zeit ruhig dann auf einmal die war ich war noch von ap andere gebäude kaputt und geht ja mach ich jetzt kann ich wieder ganz wesentlich gebäude gezielt treffen ich hatte mit dem präzisionsgewehr die satelliten kaputt schließen aber ja 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 da macht das ding auf die böse teil diesmal warte ich mal auf das stück war da 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 geht da wo da da dann ich da wir kommen jetzt genau hier wie viele haben die da gerade gedroppt ich wollte gerade mit dem mit dem geschützt wollte ich dahin gehen wir müssen geschützten hier stehen weil ich war so darauf zu schießen dabei weg ich lebe noch ein stück naja diese graue ja auch nicht zu zeigen kollege ok da weißt du was da hinten dass wir dann geschützt sich nicht glaube ja da würde ich weg gehen weil ich meine dicke singen platziert neuer kollegen die frau dreht durch der geschützt kaputt wird nicht der granat auf dich geflogen ja ja ich treffe nicht weiß nicht auf die kaputt ist oder nicht da kommt dann noch die kanone hat mich bemerkt also was dann packt er direkt noch ein ding rein ja ich mache ich tue mal ein bisschen nachschub erzählen machen wir uns hier gemütlich also stück weg bleiben kann hat weg gepustet aber ich stand die ganze zeit mir mein geschützter und habe die alle weg gepustet die kann immer wir ja ich habe gerade noch mein ding zu eingepackt da lebt noch daneben noch du hast nicht so welchen adler jetzt gerade fertig das mal herum gehen oder irgendwie sowas hier ist ein bisschen gefährlich ich glaube wir kommen da irgendwie nicht vorbei wir können schon evakuieren theoretisch leiden ist die kanone vorsichtig einige schießen auf uns ja scheiße ich habe nicht getroffen ja hier sind drei ketten sägen typen hinter mir okay ist gut leute und mich denn so beliebt ich habe gar nichts mehr ich habe keine spritzen ich habe keine granaten meine güte ich habe gerade ihren granatwerber gefunden weil sie aber dabei gebracht hätte ich brauche alles ja klar ich bin relativ weit weg gerade von dir ich habe eine sehensgleichheit aber ist ja nie in dem pot drinne anforderung scheine ein paar proben so hat erzeugt sehr sehr gut gemacht team ja jetzt kommen sie bei mir hin mal servat hier ist da hat leute wer fragt habe ich nicht ich komme also dir ein paar freunde mit ja mein geschützt da kommen ganz viele leute zu den das die finger von dem wege sind ja noch viele gegner ich habe ja auch keine galaten da haben wir es ich glaube wir haben sie ja klar schon wieder welche gerufen ich bin schon voll weit entfernt weiß wie man das macht so macht man das aber das hier dreckigen schweine das der große jetzt warten einfach bis die kills reinrollen noch nichts nein 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 ich habe schon gar nichts davon warum bleibt mein ding immer so ich habe dort genau am boden er platziert er hat ging noch genau da ja schon mal haben wir doch nicht nach 15 kälte 16 kälte mein geschützt 17 daraus ja genug party für heute wir sind unmöglich dass wir hier sind irgendwie andere musik hier beim abholen normalerweise konnte man so ich höre sind sie dann sammeln ja auch da hinten kommen die gegner natürlich hast du jetzt wieder ein ding nein der typ hat hier ding für stärkungen und letzter sekunde noch aber komm herr stück nein daneben waren zwei sehr gepfanzerte direkt schnell weg den 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 kaputt mein wieso terminator sei dass mich mein gott wieso schaffe ich die mit meiner pistole eher zu kaputzer und hat mein schotgewehr nach an keine granaten ding ist hier gehen wir auf dem stück der bus ist nicht für dich aber ich bin immer noch nur auf mittel ja nicht so ein abgeschlossen erreicht geld wir jetzt immer kriegen wenn man einen sterne die pisse wer sind die ja du weißt schon die sind schweine ich habe ihn auch gesehen eine schlange als ein us amerikanischer schauspieler italienische abstimmung jetzt wirst du sein naja ich meine sein namen ist tony also also hat er mir ja und mario metallrauch geschoss laser kann oder eine länder für die einen kontinuierlichen strahl ab verhältlich keine motion aber wenn es immer jetzt muss ich muss noch sparen was ich da nicht ich dachte ja auch mich wirst du niemals frauen glücklich machen wenn die sie an sich an was sich ändert ich merke schon vor wenn du was anderes an hast noch für planeten glaubt gleich machen wir mal den roboter halk versuchen erst mal machen wir eine geostudie vorlaufen neuen planeten roboterkontrolle da müssen wir ändern wir tun wie wieso so schier tun wir die anziehen die dinger illegale übertragung wenden hier sobald irgendwie so ich nehme meine dicken dinger hier das dicke ding und das dicke ding ja keine panik tipps aus dem trainingshandbuch keine panik tipps wie sie nicht sterben nicht sterben ja wir müssen die erz aller position verifizieren klar warum nicht das sind dicke außenposten glaube ich also ich werde goldenes geschützt doch erst mal lud antwort und scheine cool ok mal links in atst ist nicht gesehen aktivieren ich glaube ich höre was nein steht einfach nur einer bedrohlich genug so einer als termin einer macht die dinge rein machst du die reihen soll ich die rein stecken ein so 5 ok da muss ich noch drücken signalstärke 75 kann sein ich nicht und jetzt haben wir sehr artillerie sprengstoff warst du dann probieren wir mal das ding aus ich gehe mal hier um ich habe den sprengstoff aber euch nein das schließt noch was primär ziel ist da wo die hkm gerade wir müssen wir müssen ich habe hier ein orbitalschlag ein ich bin gefährlich aber ich bin nicht noch mal machst du halt ich gucke quartier nach so kommt dahin kommen schon ein paar wortabwurf wo ich platziere mal ich hatte jetzt direkt vor meiner nase jetzt am boden da bekommen wir da ich habe die glaube ich alle mit der ganate erledigt da kommt der nächste schiff ist klar ok mein geschützt du dahinten auf dem posten war dann hat er ist hier genau runter ja ich glaube nicht dass er mal so einen schluss aufgegeben gott muss man meinen zoom rausholen ich wollte eigentlich den anderen außenposten da abkneiden ich guck mal oh gott oh gott oh gott was man kurz näher an warum kann ich da nicht hochklettert ja da war so ein ion schlag doch durch den boden naja nicht gegner kommen von überall ich denke ich mal kurz hier sind weil sich auch nicht was sagt ich glaube ich glaube ja weil sie nicht bei mir am boden nein ich mache den außenposten warum dass mich hier durch dankeschön dann ist es rot nein meine herren sachen da so weg warum kann ich die meiste zeit ich versuche ja manchmal irgendwo hoch zu klettern aber der lässt mich nicht also schon wieder gegner mein gott naja wird da blocken kollege geht nicht schütze kann man nicht blocken aber menschelt sagt hat er sich einfach angeschlichen mein gott wird namen wir fallen so ein graben drin naja kampf gegen roboter jetzt möchte ich nur noch ein groß war da da war eine mine anscheinend solche schwachsinnige sachen hier gestorben ist ja ich habe darüber lebt bestätigt naja kann ich diese blöde die es hat irgendwie gar nichts gemacht hat sich die geworfen habe wir haben gesehen hat die gemacht hat vorhin bei mir ich meine ich den jungen denken ja war doch die sief die ich gemacht habe ja da war die sief die ich platziert hat die siehungen ding ich will die alt nicht soll das ding wollte ich vorhin noch erlegen war also schon wie ein andere außen posten getriggert ich nehme bei übernehmen keine verantwortung für deine entscheidung da genau so meine ich dadurch nach man macht oder mal meine entscheidung ist ich meine entscheidung ist ich werde einfach weiter gehen das ist meine entscheidung da schießen leute ich finde die roboter angenehm als die käfer wenn ich ganz ehrlich bin ja aber da kannst du jetzt in deckung gehen hier vor den schüssen ein käfer die kommen alle die kommen alle und kommen alle kaputt machen ich dachte den kann man da den container kann man kaputt machen ich habe gerade so ein exklusives ding abgeschossen ich habe fünf mit einer granate erledigt ausgezeichnet ich liebe diese granate dicken ja die mehr auf den nerven geben war nein ich weiß was du vor hast nein lass es lass es keine verstärkung bitte aber so ein finger auf ich glaube einfach das ist ein ding luftschlag das wäre so ein posten und du kannst die gebäude wie genauer treffen mit dem ding das gefühl das war so richtig gleich sieht auch gut aus oder aber ich wollte eigentlich dass er so jeden ding da kann treffen aber der steht irgendwie immer noch aus irgendeinem gründchen der ist weg ich wollte eigentlich den drüten verbriebt den da kaputt machen aber das ist leider nicht schon wieder nachladen warum jetzt mal ganz ich will noch einmal drinnen gehälte ich darüber klettert ich bin jetzt ja ja denn der ende der lebt doch dann aber der hat mich verletzt gesagt das ist der plan bei den dingern wie tritt direkt jetzt bauen cool wo sind sie ich habe gerade gesehen ist auch eine ich glaube wir kommen ja nicht hoch ich habe den mit dem schild mit einem schuss erledigt habe den voll in die fresse geschossen ich weiß nicht was cool ist du kannst auch zu mir zu mir zu haben nachladen bis ok ja also euro perspektive halten ich habe also eine lampe untersucht auf den ersten blick ist das neue lampe aber jeder echte patriot erkennt die wahrheit das ist eine abscheulichkeit eine abscheulichkeit so müssen wir noch machen du bist weg und du bist weg aber da sind noch mehr ich gehe mal wieder zurück kleine winzige kopf wie soll man den entwerfen da sagst du dir ich glaube das ding ist modiert oder ich brauche ein bisschen nachschub ich habe nur einen spritzen ich habe noch zwei aber mehr gefällt ihm geht die munition auch noch sehen ja ja das ist doch bei nicht da hoch steigt den ding mit auf sache das heißt sie haben keine deckung vor uns ich bin mal mehr gelb du bist bei mir blau auf der karte bei mir bist du blau und ich bin gelb man weiß nicht warum du eine andere proben werden gesammelt ja ist klar von wo kommen sie denn ich platziere mal ein geschütziert relativ leger ich sehe wir sollten lieber untergeben ich habe mein geschützter platziert ja genau was du da passiert nach mir schon sagen befestigung termin an es kommt schon wieder neue nur sei da hat mein geschützter schon wieder weg hier oben sind sie da wäre ich eine granate rein ja ich liebe jetzt wenn ich mal vier stück auf einmal treffe dem die sport sondern da kommt schon einmal nächste na na jetzt noch mal drauf ich muss hier immer irgendwie dicken ausschalten davon schon wieder welche da wurde mir jetzt gespielt ich habe sie in einem moment für meinen aufnahmeding zu lenken der wektor stück aber schießt auch den kopf war das mit granatenwerfer raketenwerfer ich habe meine rakete mit meinem gesicht aufgefangen also flex gedruckt konnte ich zurückwerfen sind wir noch im leben da oben ist einer also lassen der davon sagt von der perspektive voll komisch aus aber auch dass noch einer mit also auf der schieffall für die raketen ja 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 15 minuten sind immer noch 14 minuten zu viel ok also ich bin ja am rennen also wir haben wir sehenswürdigkeit gefunden ohne probe und noch eine probe ein paar spitzen und über kreis okay schon wieder zum anderen wenn der kart hier laufen was die da deswegen als kartoffel ein orbital wenn wir uns weg der klang von freiheit noch nicht ich würde nicht so nah rangehen also auch nicht getrunken warum nicht das ding noch leck mich doch dann machen wir doch provoziert doch nicht so meine geduld meine fresse was er gemacht haben meine ganzen proben kürzlich wesens waren vorher wenn ich da rumlaufen in der gegend gegner menge damit das zeug aber jetzt habe ich mein ding zeigt ausgerüstet ja ja ich muss das ding nachladen sind jetzt schon wieder gefunden ich habe gar nichts gefunden ich habe gerade aus der sehenswürdigkeit kunden legt mich nicht an ganz jetzt wagen ohne mich tourismus zu erleben ich will auch nein aber dass ich da eingeplatzt habe also blaue ja noch zehn minuten war man nein da habe ich eine aufgaben bevor er hat gemacht hat nein nein da wollte ich doch wir hatten das schon wieder gemacht müssen wir machen sendeturm lokalisieren gefunden ja ich habe mich von hinten abgeschossen ja erledigt laden warten ob wir doch immer dass man geschützt ich wollte schon sagen ja wo sind allerdings wohin müssen gleich ich will dadurch ich will dadurch ja das meister gleich wie vorhin ja 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 wir haben genug irgendwo habe ich meinen aber da war irgendwie so ein auf der karte verzeichnet so blau ich habe ja vorräte platziert und nach hause beiden minuten kein denken mitte lässt sich das ja schaffen er war auf höheren schwierigkeit kann sondern angeblich unmöglich sein die ganzen nebenquests zu machen ja warum dann direkt schon von einen da kommt ja noch mehr orbital so kommen die nur alle von da so macht das ding da ganz hinten noch hat mich da getroffen von der anonyme explosion erledigt er hat ich kann es bereit zum abflug start in 20 sekunden blöde ding ein aber dann habe ich geworfen lange bevor dinge landet ist ja du musst du musst ja immer noch ein bisschen extra machen wir eine blöde dinge eine beladen mit proben und drei sterne wenn wir unser restaurant eröffnen ja du sie angesammelt ja